Ladezeiten gibt es praktisch nicht. Ja, es ist trotzdem, glaube ich, die Anvil Engine 4, oder? Oh shit, dann wäre ich auch so, spring genau rein, 4 Leute sind jetzt schon, 4 Leute sind jetzt schon. Aber, der Reumpion hat jetzt die, die. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das geht so leis mit dem Ding. Oh shit. Wow. Hit ten ladies. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wo ist der Rheum hier? Headshot, nice! Mein erster, oder? Granatenshooters Nice Nice Ah, das ist die Sonde. Du kannst nämlich, wenn du stirbst, hast du dann die Möglichkeit, einmal noch, ah, ah, das ist die Möglichkeit, einen Typen zu disarmen, das heißt, du setzt seine Waffe aufs Gefecht, oder wenn du eine andere Sonde erwischst, also sprich einer, der auch seine 10 Leben verloren hat, und du seine Sonde erkennst, dann kannst du dich wieder respawnen für einmal. Ah, nice. Schöne Breitseite. So. So, aber ich klicke es dann gleich nochmal, oder? Achso, sorry. Geht's jetzt besser? Ich muss sagen, ich bin da auch noch ziemlich moteurhaft drinnen, aber ja, bitte. Lama Karone. Bat. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. so ein bisschen abwechselnd reinbringen das ganze es läuft eigentlich sehr stabil also das haben die jungs ja ich werde jetzt mal schauen dass ich zumindest ich komme rein normal über die über dem browser das sind probleme aber das ding mit dem handy klappt gar nicht am handybrowser geht es nämlich auch das ist kein thema so bei dieselbe art und weise gekillt super wo ist das bauro bauro oder uro bauro ich bin ja auch bald bin ich gerade drauf gekommen ja ach bleib stehen gibt es ja nichts ich glaube obo bauro checkt nicht wirklich was er machen muss oder kann das sein was Untertitelung des ZDF, 2020